Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Wolpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Die Zweitbesetzung rufen. Micheletto zur Aufführung folgen, bei der Vollfolgung einen Weg finden, wie die Assassin-Rekruten das Stück vertreten können. Oh, man braucht sogar Assassin-Rekruten. Voller Assassin-Rekruten, die Assassin-Rekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Gut, dass ich eine Rekruten hier bei mir habe. So, und jetzt noch mehr, weil die einen ihre Mission beendet haben. Und noch jemand, ist das Assassin-Rekruten will? Mensch, das geht so schnell. Sie werden so schnell erwachsen, meine Kleinen. Was muss ich hier machen? Oh. Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trockel. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Habtankt, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. A. Warum hat Etzionitz gemacht? Und B. Schimmi nicht so, als ob diese Aktion ihn hätte wirklich killen können. So, Moment mal kurz. Das werden wir so durch. Micheletto Garela, 1470. So, wer das lesen will, stoppt ruhig. Ich sage nein. Und der auch noch, Francesco Trot. Geburtstag 1459. Ist in dem Jahr nicht auch Ezio geboren. Der sieht aber ganz schön viel älter aus, Ezio. So, lesen wir mal hier. Ah, steht hier nichts. So, die haben nichts gegen mich. Gut. Ich weiß ja nicht, ob er sich irgendwann mal umdreht und dann mich sieht und denkt, fuck. Der Typ. Ey, warum dreht der sich um? Warum? Hä, warum? Was soll das denn? Oh, Scheiß. Das war doch, das war doch behindert. Vor allem, man kann sich mit dem Pferd nicht so schnell umdrehen wie... So, da habe ich schon selber gemerkt, dass es zu nah dran war. So, ich bleibe jetzt mal hier hinten. Ob ich das Gefühl habe, dass es sich gleich umdrehen wird. Ah, jetzt nicht. Kann auch daran liegen, dass ich gerade so nah dran war. So, keine Leute umschmeißen, damit ich auch keinen Ärger kriege. Das ist zu empfehlen. Nein, 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 nein. Nicht sich umdrehen. Ruhig, ruhig. Das ist schon jetzt, was Männer ausspüren. So, Dankeschön. Warnung, Speckbeat. So, ich befürchte, das Sonderziel kann ich nicht erfüllen. Oh. Ich bin zu weit weg. Das habe ich vergessen. Ich muss den auch noch verfolgen. Ich lasse mir hier viel zu viel Zeit. Wartet! Haltet doch Faust an! So, die haben mich nicht mehr gesehen. Auch wenn ich da sehr offensichtlich war. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Kapito? Denk dich. Fuck, ich will meinen Verwündeten nutzen, aber ich brauche halt eben noch dafür ein paar Sekunden. Merde. Ekoro, pack dich! Los! das liegt nicht nach klar was ist denn los was habe ich falsch gemacht dass ich hätte den assassin einsetzen müssen ja aber das dauert halt ebenso lange mit dem laden war eigentlich klar sich das ziel nicht erfüllen werde ich glaube das ist fehlgeschlagen weil ich den einfach weil ich hätte eigentlich das sie verfolgen sollen so wichtig war es dann auch nicht diesen einen typen zu killen nein ich sehe ihn noch ich sehe ihn noch ich sehe ihn noch ich sehe ihn noch dass ich nicht die mission viel schlagen nein 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 das ist gemein das ist gemein ich hasse verfolgungsmissionen wirklich ja genau dich ich weiß dass du nicht verfolgst ich scherb dem dritten zahn als ich die gelegenen dazu hatte der hat es aber nicht eilig jetzt ist eigentlich schön dass er so ein bisschen das ist aber gemein zum glück zum glück weiter ein gebäude weil sonst wäre ich wirklich am arsch gewesen langsam aber bildisch nein nichts so nah dran schön mit taft zu schritten So, ich war gerade in der Musik vertieft. So, wundervoll. Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Nein, auch der war da. Oh shit, sorry, da habe ich mich vertan. Das sah für mich so aus, als ob der sehr, sehr weit in der Ferne war. Und nach, das war doof. Sorry, ich hoffe, der Checkpoint ist gut gesetzt. Da gebe ich zu, das war mein Fehler. Ihr seid nicht der Hellste, was? Oh. Bitte komme ich hierher, danke schön. Ach, weißt du was? Man muss die Chancen nutzen, ne? Yo, Bitches. So, ich war ab. Sehr gut. Ah, immer noch zwei Chicks bei mir. So, ein bisschen schneller gehen. Ladies, mein Controller. Ladies, was du mit dir hab? Oh. Was passiert davon, wenn man von schönen Damen begleitet wird? Moment. So. Wo ist das Ziel? Oh. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Oh. So, mach das mal. Ja, sehr schön. Ich dachte, wenn ich lauter bin, dann wird der Befehl noch besser ausgeführt. Was der immer so plötzlich stehen bleibt, ey. Oh, schnell das Gebiet verlassen, bevor die Typen da vorne kommen. So, sehr schön. Ja, es könnte nichts mehr anhaben. Ich bin nicht im Gebiet drin. So. Ich hasse Rule of Three. Weil ich weiß, das ist immer diese Regel, die... diese inoffizielle Regel, die in Videospielen herrscht, beziehungsweise auch in anderen Situationen des Lebens, dass man immer drei machen muss und beim dritten Mal klappt es oder beim dritten Mal ist es das letzte Mal. War gerade oder nimmst du dann auch so? Und dieses ist auch so. Hier gibt es... Bei der einen Stelle hat er angehalten, da mussten wir den einen Typen killen. Bei der anderen Stelle hat er angehalten und dann wurden die anderen beiden Typen gekillt und jetzt reitet er weiter zu der dritten Stelle und wahrscheinlich der letzten Stelle. Und es sind immer drei. Es sind immer drei. Und hier sind es zwei oder auch mal, keine Ahnung, eins oder vier oder fünf. Nein, es müssen drei sein. Was besser. Was besser. Nein, nein, nein. Da habe ich gerade voll verkackt. Du bist ein toter Mann. Jetzt verfolgt er mich. Oh, nee, das ist doof. Dafür reiße ich euch die Eingeweide raus. Jetzt sterben wir. Nach dem Umziehen verfolgt ihr mir zu dem Stück. War aber nicht ganz richtig. Das ist aber fies gewesen. Du gehörst mir, Assassine! Shit, 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 shit. Okay. Ach, meine Assassinen, Freunde, machen das schon. Wobei, ich befürchte, ich habe es verschissen, oder? Oh, das ist nicht gut. Aber zum Glück ist er noch in der Nähe. Wir haben noch eine Chance. Mach den mal bitte kalt. Dankeschön. Das hätte eigentlich fehlschlagen müssen. Das hätte fehlschlagen müssen, weil dafür habe ich mich einfach so dämlich angestellt, dass ich verdient habe, dass es fehlschlägt. Oh, oh. So, bin ich mir im Geht. Mission 1, Dolor Termin erledigt. Jetzt haben wir drei Barken. Das ist gut. Das kann uns helfen. Ah, ja.